Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht es um die Fließkommazahlen, die ihr wahrscheinlich auch sehr sehr häufig brauchen werdet, wenn ihr irgendwas berechnen wollt oder keine Ahnung. Irgendwelche Berechnungen brauchen eigentlich oftmals auch Fließkommazahlen. Das bedeutet, ihr könnt jetzt hier reinschreiben 255, keine Ahnung, Komma 50. Also Komma ist normalerweise immer ein Punkt und kein solches Komma. Das heißt, wenn ich hier irgendwie mal solches Komma setze, dann wird euch das höchstwahrscheinlich einen Fehler geben. Achtet immer darauf, dass ihr einen Punkt habt. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wie kann ich bitte mit Einsen und Nullen, also in meinem Speicher habe ich ja einfach nur Einsen und Nullen, irgendwie sowas hier. Und wie kann ich jetzt mit diesen Einsen und Nullen Fließkommazahlen darstellen? Die Lösung sind tatsächlich Exponenten, sprich ich stelle meine Zahl als normale Ganzzahl dar, so wie wir das hier gemacht haben. Sagen wir mal, wir haben diese Zahl hier, na die ist mir zu lang, diese Zahl dargestellt 2147 und ich möchte jetzt, dass diese Zahl eigentlich eine Kommazahl ist. Dann sage ich, ich mache das Ganze mal 10 hoch minus 3. Wenn ich das Ganze mal 10 hoch minus 3 mache, wenn ihr euch an die Schulzeit erinnert, dann ist es dasselbe, wie wenn ich schreiben würde 2,147. Ich verschiebe einfach das Komma ganz normal ein paar Stellen nach links. So, jetzt kann ich das Ganze auch machen mit meinen Einsen und Nullen in meinem Speicher und damit kann ich jetzt Zahlen darstellen. Achtung, wir sind dann aber im Binärformat, sprich wir können mit diesen Einsen und Nullen, können wir zwar sagen, mal irgendwas hoch minus, aber das Ganze ist eine 2. Und was ich dann habe, ist ein 2 hoch minus, ups, 2 hoch minus, na komm schon, möchte gerade irgendwie nicht, okay. Ähm, 2 hoch minus, keine Ahnung, 5 oder sowas. Ups, die sollte vielleicht auch noch ein Exponent rein. 2 hoch minus 5. So, 2 hoch minus 5 würde bedeuten, ich schiebe mein Komma. Also theoretisch habe ich ja hier hinten dran ein Komma 0,000, das kann ich ja immer ergänzen. So, und jetzt schiebe ich dieses Komma einfach 5 Stellen nach links, sprich 1, 2, 3, 4, 5 und habe da das Komma. Dann habe ich eine 1, 1, 1, 0, 0, 1, Komma 1, 1, 0, 0, 1 und schon habe ich eine Fließkommazahl. Wunderbar, das Ganze lässt sich jetzt natürlich auch wieder in Dezimal umrechnen. Unser Rechner kann nur leider kein Dezimal und deswegen müssen wir das Ganze in Fließkommazahlen darstellen. Wenn euch das genau interessiert, wie man das Ganze umrechnet, es gibt von mir eine Playliste, die nennt sich Binäre Mathematik. Am Ende findet ihr dazu tatsächlich auch was zum IEEE, ich schreibe das ganz kurz hin, IEEE 754 heißt der Standard. Und damit, oder da ist sozusagen festgeschrieben, wie ich das Ganze dann darstelle, genau in meinem Rechner umwandeln, gibt es auch irgendwo in der Playlist. Okay, so, also wir wissen jetzt, wie das Ganze hier umgewandelt wird und wie es gespeichert wird. Jetzt ist aber noch die Frage, hat das irgendwelche Nachteile oder kann ich jetzt ab sofort immer nur Floats benutzen? Also der Datentyp wäre tatsächlich hier ein Float, eine Fließkommazahl, daher der Float. Okay, nein, kann ich nicht, weil das Ding hat nur 32 Bit. Das heißt, ich muss mir irgendwo was Negatives einkaufen. Und da geht nämlich, die Präzision geht verloren. Sprich, wenn ich nur 32 Bit benutze oder dann mit meinem Double, der hat 64 Bit. Wenn ich die beiden Datentypen benutze, 32 oder 64 Bit, heißt in dem Fall nicht, dass ich wirklich Zahlen bis 2 hoch 64 darstellen kann, sondern ich kann sogar Zahlen von 2, ungefähr 2,22, 507 mal, Achtung, jetzt kommt es, mal 10 hoch minus 38. Von da, ah ja, die 38 sollte auch in den Exponenten hoch 38 bis hin zu Zahlen von 1,79769 mal 10 hoch 308 beim Double. Beim Float ist es nicht ganz so hoch, äh, hier fehlt eine Null logischerweise von, genau. So, also extrem genaue Zahlen, also wenn ihr euch das mal überlegt, das ist eine Null mit 307 Nullen nach dem Komma und dann kommt erst dieser ganze Wulsch hier, ähm, das ist schon echt krass. Jetzt, Vorsicht, das ganze Ding hier ist natürlich, also das ist immer noch eine positive Zahl. Ich kann natürlich auch das Ganze noch negativ machen, ähm, und das hier ist eine extrem große Zahl. Das ist diese Zahl hier, allerdings ohne Komma und dann mit 308 Nullen insgesamt, also extrem, extrem hoch. Jetzt, warum will ich diese Zahl nicht immer benutzen? Naja, das Problem liegt dabei, ähm, ich kaufe mir ein bisschen Ungenauigkeit ein. Und es kann mal passieren, dass, wenn ich mich, wenn ich irgendwas berechne, dass dann irgendwas komisches bei rauskommt. Also wenn ich zum Beispiel, ähm, wenn ich hier zum Beispiel sage, ich möchte Double gleich 0,7 haben, dann wird mir das nicht als 0,7 ausgegeben, weil mein, mein Binärformat ist nicht so exakt, was 0,7 angeht. Also 0,7 ist zum Beispiel ein Wert, der sollte ja eigentlich kein Problem sein. Wenn wir das ganze Ding jetzt aber ausgeben, also sprich, wenn wir nachher Print A machen, dann wird das hier rauskommen. Also nicht ganz exakt. Wir haben hier schon ab der relativ frühen Stelle, haben wir hier irgendwelche komischen Zahlen, die eigentlich definitiv nicht sein sollten. Eigentlich sollte hier 0, äh, mal 10 hoch minus 1 steht hier jetzt noch, also im Prinzip haben wir 0, äh, das hier. Sprich, es ist einfach nicht korrekt, weil wenn ich jetzt Print A mache, dann habe ich hier das hier. Das sieht jetzt erstmal nicht so schlimm aus. Aber wenn wir nachher überprüfen wollen, ob A gleich 0,7 ist, dann könnt ihr euch vorstellen, dass es zu Schwierigkeiten kommt. Sprich, da muss man immer so ein bisschen aufpassen und man muss schreiben, wenn A ungefähr gleich 0,7 ist. Sprich, ich müsste eigentlich schon fast ein bisschen in Richtung Runden, damit ich irgendwas machen kann. Also wenn A kleiner als 0,7 ist, dann macht das. Und wenn es größer als 0,7 ist, dann macht irgendwas anderes. Da muss man immer so eine gewisse Reichweite abdecken, weil eben diese Ungenauigkeit eingekauft wird. Das passiert mit relativ vielen Werten und deswegen ist es eigentlich eher nicht so geil, wenn ich das jetzt hier benutzen muss sozusagen. Also wenn ich hier wirklich schreiben muss, Double A gleich 0,7. Aber man macht es halt einfach, weil es gibt nichts anderes, was sich irgendwie einigermaßen für diese Fließkommazahlen eignet. Okay, jetzt gibt es natürlich auch noch andere Dinge. Also ich meine, bei einem Integer, wenn wir da 1 durch 5 oder sowas schreiben, dann ist es nicht schlimm. Dann habe ich hier halt 1 durch 5, naja, also wenn ich das jetzt als Int mache hier. 1 durch 5, naja, ist 0,2. Na ja, gut, das kann ich eh nicht darstellen. Also ist mein Int einfach 0. Und jetzt habe ich aber Schwierigkeiten, wenn ich zum Beispiel irgendwie 1 durch 0 darstellen möchte. Das passiert sowohl bei Ints als auch bei Floats. Und Float hat dafür tatsächlich was Eigenes eingeführt. Float hat so Sachen wie N-A-N, also Not a Number. Das ist ein Fehler, der sehr häufig auftritt. Wenn ihr irgendwann mal N-A-N seht, dann müsst ihr gucken, ob ihr irgendwo durch 0 geteilt habt oder sowas. Denn 1 durch 0 wäre theoretisch unendlich. Und unendlich kann der Computer einfach nicht darstellen. Dann sagt er einfach sowas wie Not a Number. Alternativ sagt er Infinity. Also je nachdem, was ihr benutzt für eine Sprache, könnte da auch Infinity oder sowas bei rauskommen. Das sind einfach sozusagen magische Zahlen, die dann tatsächlich in einen Float reinpassen. Zum Beispiel alles auf 0 gesetzt, wäre zum Beispiel Infinity, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, es gibt positive und negative Unendlichkeit. Und da steht ja einfach Plus Infinity oder Negative Infinity oder sowas. Also wenn ihr sowas seht, dann habt ihr entweder durch 0 geteilt oder irgendwas gemacht, was nicht so geil ist. Zum Beispiel Float A gleich sowas wie 0 durch 0 gibt, glaube ich, ein N-A-N. Also 0 durch 0 wäre N-A-N, soweit ich das weiß. Und 1 durch 0 oder sowas wäre, glaube ich, Infinity. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Infinity mal 0 ist witzigerweise wieder Not a Number. Also es gibt da ganz witzige Sachen, aber die könnt ihr gerne mal ausprobieren, wenn ihr soweit seid. Ja, nur, dass ihr wisst, was diese magischen Zahlen da bedeuten. So, wie das jetzt tatsächlich in der Maschine abläuft, wenn ich hier irgendwas Plus oder Minus oder Mal oder Geteilt rechne, das möchte ich euch definitiv nicht sagen. Ihr könnt nur so viel sagen, ich kann euch nur so viel sagen wie Plus, Minus, Mal, Geteilt gibt es alles. Werden wir uns aber noch extrem damit beschäftigen, weil es da auch noch ein bisschen was zu beachten gibt. Und zwar so Sachen wie, ja, egal, das machen wir dann, wenn es soweit ist. Das war es für dieses Mal. Es ging um Fließkommazahlen, wer nicht ganz zugeguckt hat. Und um ganz komische Darstellungsweisen davon und vor allem um die Ungenauigkeit davon. Das heißt, ihr müsst ja immer aufpassen, was ihr damit macht. Okay, das war es, wie gesagt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann lasst mir einen Kommentar da und sagt mir, was ich besser machen kann. Ansonsten lasst mir auch einen Kommentar da. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.